Ote und moin moin! Ich bin ein gebürtiger Neu-Winsteraner aus Neu-Winster-Schichtung-Weilstein. In einer Stadt, die heißt Neues Kloster, Novo Monasterium auf Latein, von dem geistlichen Heiligen Vizelin. Also Vizelin wurde sie gegründet. Es ist eine kleine Stadt. Heute hat sie, ich glaube, 82.000 oder 83.000 Einwohner. Keine Großstadt, keine Riesenstadt, aber sie hat alles, was man braucht. Sie hat Supermärkte, sie hat Friedhof, Hotels, sie hat wirklich auch ein Krankenhaus. Also man kann da echt gut leben und man kriegt alles Nötige. Als Erwachsener oder auch als Kind. Ruhig, friedlich, kleine Kriminalität. Hält sich in Grenzen, Leute reden viel. Aber manche von uns wollten mehr, manche von uns wollten die Welt sehen. Ich frage mich aber, ist das nötig? Oder braucht man nur das, was man braucht? Das Geile an kleinen Städten und Dörfern ist, dass du einfach auf der Straße fahren kannst. Und dich wenden kannst und drehen kannst. Und du weißt, du bist safe. Selbst jetzt, um 19 Uhr oder 20 Uhr. Weil es keine Autos gibt. Oder kaum Autos, ne? Alles überschaubar. Ich bin eh kein Clubgänger. Konzerte brauche ich nicht, wenn ich alt bin. Zumindest dann werde ich Fützplätze haben. Und essen kann ich auch zu Hause gut, weißt du? Also das Reich muss ich jedes Lokal kennen. Ich bin Introvert. Ich bin gerne zu Hause. Mein Liebsten und mich. Kann ich auch auf dem Land haben. Oder in einer kleineren Stadt, ne? Ich will nicht 80 Kilometer fahren, um irgendwie Brot zu kaufen. Ich mein, versteht mich nicht falsch. Wir hatten Kiel vor der Nase und Hamburg vor der Nase. Und sind auch regelmäßig richtig oft dahin gefahren, als wir jung waren. Nicht so oft, wie wir dachten, weil wir auch nicht das Geld dafür hatten. Aber jetzt, ne? 9 Euro Ticket oder 49 Euro Ticket. Oder Studententicket. Für die, die Studenten sind oder waren. Ist eigentlich nichts möglich gewesen. So, jetzt lebe ich mit der Nähe von Berlin. Ich kann immer wieder dahin. Anderes Leben, andere Möglichkeiten, ne? So, heftig. Und dennoch denke ich mir so, okay, wenn ich das gemacht habe irgendwann, ziehe ich mich zurück. Lebe einfach gut mit der Familie, weißt du? Einfach nur mit meinen Liebsten. Wie ist es bei euch?